Musik Es gibt einige Kinder, die dann nach der Telekilling zu uns kommen und würde ich sagen, dass die jetzt auf jeden Fall nicht mehr so große Angst haben, zum Arzt zu gehen oder mal zum Arzt zu müssen, weil die jetzt einfach wissen, was da passiert, was die einzelnen Sachen sind, so ein Stethoskop zum Beispiel, kenne ich auch nicht jeder. Musik Musik Jetzt ist das hier gut versorgt. Musik Musik Und dann mach mal die Augen zu und konzentrier dich mal und guck mal, ob du was hörst. Hörst du was? Und was hörst du? Hörst du was? Hörst du oder nicht? Hörst du. Und was hörst du? Das Bakunblut. Es Bakunblut. Und was könnte es sein? Das hörst. Das hörst. Musik Musik Vielen Dank.